Hi, ich bin Sage und ich habe die verrückteste Krankheit der Welt. Jedes Mal, wenn ich weinen will, muss ich stattdessen lachen. Hast du schon mal im falschen Moment gelacht und es war dir super peinlich? Nun, das ist mein Leben. Jeden Tag. Am Anfang dachten meine Eltern, ich sei das glücklichste Baby der Welt, weil ich über alles gelacht habe. Als ich mit sechs Monaten anfing zu zahnen, habe ich nicht geweint, weil es weh tat, sondern meine Eltern die ganze Nacht wach gehalten, weil ich nicht aufhören konnte zu lachen. Und als ich anfing zu krabbeln und mir überall den Kopf stieß, brach ich in Gelächter aus. Ab da anfing Papa an, mich ein Spinner zu nennen. Er hasste alles Ungewöhnliche. Was für ein Kind macht sowas? Mit ihr stimmt definitiv etwas nicht. Sie ist ein verrücktes Baby und es ist peinlich. Sie kann offensichtlich nichts dafür oder etwa doch, Baby Boo? Aber Papa hörte nicht auf. Er fing wirklich an, mich zu hassen. Und das nicht nur, weil ich lachte. Seit ich ein Kind war, liebte ich es, zu malen und zu zeichnen. Als ich vier Jahre alt war, entdeckte ich einen brandneuen Laptop und fand ihn langweilig und grau. Also malte ich den Deckel in leuchtenden roten Farben an und jede Taste auch. Ich fand es wunderschön, aber Papa bekam einen Schlaganfall, als er das sah. Wer soll das denn reparieren? Du bist so eine Nervensäge. Warum kannst du dich nicht wie ein normales Kind verhalten? Obwohl ich noch ein Kind war, schmerzten diese Worte. Natürlich brach ich in Gelächter aus, was sie nur noch wütender machte. Aber es war nicht nur Papa. Jeder hat mich missverstanden. Die ganze Zeit. Eines Tages in der ersten Klasse weinte Monika. Das reichste Mädchen in meiner Klasse, weil ihr Hund gestohlen worden war. Alle, die sie umarmten, drehten sich schockiert zu mir um. Monika schaute mich hasserfüllt an. Hau ab Sage, du bist so gemein. Von da an war ich die gemeine Hexe in der Klasse. Alle fingen an, auf mir herumzuhacken. Besonders Monika. Und egal, wie sehr ich versuchte zu erklären, dass ich nicht lachen wollte, niemand schien mir zu glauben. Ich wollte so gerne normal sein. Ich fing an, mir die traurigsten Filme anzusehen, hörte mir die herzzerreißenden Lieder an und las die Zeitung mit den schlimmsten Nachrichten. Nichts half, denn bei der Beerdigung meiner Oma brach ich immer noch in Kichern aus. Ich war wirklich so traurig. Ich habe meine Oma geliebt. Aber als ich losgekichert habe, haben mich alle angestarrt, als wäre ich verrückt. Dann bin ich weggelaufen. Im Laufe der Jahre hat Mama eine Idee, wie sie mich jedes Mal aufmontern konnte, wenn Papa sauer auf mich war. Sie legte einen Dollar in ein Glas in mein Zimmer. Am Ende jedes Monats hatte ich genug Geld, um Kunstzubehör zu kaufen. Aber natürlich habe ich das vor Papa verheimlicht, denn er wollte keinen einzigen Cent für mich ausgeben. In der sechsten Klasse nahm ich an einem Kunstwettbewerb in der Schule teil. Ich habe mich wirklich angestrengt und mit meinen billigen Farben und Papier ein schönes Bild gemacht. Aber als Monika sah, dass ich teilnahm, musste sie mich einfach übertrumpfen. Sie nahm Unterricht bei einem schicken Kunstlehrer und er brachte ihr teure Leinwände und Farben mit. Ihr Sieg war einfach überragend. Ich war so enttäuscht, dass ich am liebsten geweint hätte. Stattdessen brach ich im überfüllten Saal in Gelächter aus. Die Kunstlehrerin drehte sich verwirrt zu mir um. Was ist so lustig, Sage? Machst du dich etwa über Monikas Arbeit lustig? Nein, nein, ich schwöre. Sie lacht nur, weil sie eine verrückte Verliererin ist. Nun, ich hatte damals einen schlechten Ruf und jeder dachte, ich sei gemein. Danach habe ich mich nicht mehr an Kunstwettbewerben beworben. Ich blieb den ganzen Tag in meinem Zimmer und nichts, was Mama tat, munterte mich auf. Nach den Hausaufgaben habe ich den Rest des Abends damit verbracht, zu malen und Bilder auf meinem Kunstkonto auf Instagram zu posten. Bis ich eines Tages in der achten Klasse eine völlig unerwartete Nachricht von einem Fremden erhielt. Ich liebe dein Bild einfach. Ich möchte es kaufen. Würdest du 150 Dollar dafür nehmen? Jemand wollte mein Bild kaufen? Zum ersten Mal seit Wochen war ich aufgeregt. Als ich das Geld aus dem Verkauf hatte, kaufte ich mehr Material und fing an zu malen wie verrückt. In den nächsten Monaten wurde alles, was ich malte, sofort verkauft. Ich war so glücklich. Eines Tages in der Cafeteria, als Monika vor einem schicken französischen Kunstlehrer schwärmte, erwähnte ich beiläufig, dass ich zehn Bilder für je 150 Dollar verkauft hatte. Monika war außer sich verwut. Sie verschluckte sich praktisch an ihrem Kaviar, den sie gerade aß. Du und deine billige Kunst werden sich unter meiner Aufsicht nicht verkaufen. Oh, und wie willst du das verhindern? Das werden wir schon sehen. Und nur ein paar Tage später sah ich, wie tief Monika sinken konnte. Jemand hat meinen Skizzenblock aus meiner Tasche gestohlen und gleich danach ist ein neuer Instagram-Account entstanden mit all meinen Bildern. Ich wusste natürlich, dass es Monika war. Ich rannte los, um mich bei meinen Lehrern zu beschweren, aber ich war ziemlich aufgeregt. Ich konnte nicht aufhören zu lachen, also dachten sie alle, ich würde Witze machen. Warum sollte ich das tun, wenn ich doch so viel besser bin als sie? Monika überzeugte alle davon, dass ich eine eifersüchtige Lügnerin sei, die ihr etwas anhängen will. Und dann fingen sie und ihre Lakaien an, mich für alle möglichen Dinge zu beschuldigen, die ich nie getan hatte. Eines Tages schmierten sie Superkleber auf den Lehrerstuhl und als die Lehrerin aufstand, klebte der Stuhl ihr fest. Als alle anfingen zu kichern und sie versuchte, ihn abzuziehen, zerriss ihr Rock. Monika zeigte auf mich. Ich habe sie mit Kleber gesehen. Du kannst sogar im Spind nachsehen. Während mich alle anklagend anstarrten, lachte ich, bis mir der Bauch wehtat. Und so kam es, dass ich jede Woche nachsitzen musste, weil die Lehrerin mich für unhöflich hielt und für einen Unruhstifter. Am Anfang war ich wütend, aber plötzlich merkte ich, dass ich das Nachsitzen liebte. Hier konnte mich niemand stören und ich konnte stundenlang in Ruhe malen. Als ich eines Tages mit Malen beschäftigt war, klopfte mir jemand auf die Schulter und ich drehte mich um, um einen Jungen zu sehen, der mir sanft mit einem Taschentuch die Wange abwischte. Du hattest da etwas Farbe im Gesicht. Ich starrte ihn an wie ein Dummkopf. Wer war dieser süße Kerl? Ich habe deine Bilder gesehen. Sie sind erstaunlich. Nun, du bist erstaunlich. Meinst du, du kannst es mir beibringen? Eugene war ein neuer Junge an der Schule, der oft nachsitzen musste, weil er seinen Lehrern immer wieder das Gegenteil bewies. Ich wurde sein Nachsitzen Kunstlehrer. Er war wirklich nett und klug und irgendwie hat er mich nicht für mein Lachen verurteilt. Ich glaube nicht, dass du verrückt oder gemein bist. Es könnte ein medizinisches Problem sein, weißt du? Vielleicht kann dir mein Vater helfen. Er ist Neurowissenschaftler. Ich ging zu seinem Vater, ohne es meinen Eltern zu sagen. Er erklärte mir, dass ich an einer Krankheit leide, bei der mein Gehirn ein falsches Signal empfängt, wenn ich traurig bin und mein Körper darauf mit Lachen statt Weinen reagiert. Er sagte, ich hätte überhaupt keine Kontrolle darüber und müsste mich deswegen nicht schlecht fühlen. Eine Woche später bastelte Eugene eine bezauberne, handgemalte Karte, um mich zu fragen, ob ich mit ihm ausgehen will. Natürlich! Eines Tages räumte ich gerade meine Sachen in den Spind, als Eugene aufgeregt mit einem Poster für einen nationalen Kunstwettbewerb zu mir kam. Du solltest daran teilnehmen, Sage. Du bist wirklich talentiert und ich bin sicher, du kannst gewinnen. In diesem Moment hörte ich Monikas Stimme hinter uns. Eww, warum erzählst du dieser verrückten Verliererin, dass sie talentiert ist und macht ihr grundlos Hoffnung? Weil er mein Freund ist. Darum. Und warum redest du überhaupt mit ihm? Mein Stiefcousin ist dein Freund? Hast du deinen erbsengroßen Verstand verloren? Jetzt muss ich aber über dich lachen. Ich hatte genug. Ich ziehe Eugene an mich und gebe ihm einen langen, saftigen Kuss. Mitten auf dem Flur. Meine Augen. Meine Augen. Ich kann das nicht mit ansehen. Igitt. Oh, kein Problem. Wir können ja im Hausmeisterschrank weiter rummachen. Und damit habe ich Eugene in die Toilette gezerrt, während alle draußen johlten. Natürlich mussten wir beide wieder nachsitzen, aber das war uns egal. Das war sowieso unser Lieblingsplatz. Ich fing an, mich auf den bevorstehenden Wettbewerb zu konzentrieren und ich war wirklich aufgeregt. Mit meinem Instagram-Verkäufen hatte ich sogar genug Geld verdient, um gutes Material zu kaufen. Am Tag des Wettbewerbs, als ich anfing, meine Sachen auszupacken, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich fing an zu lachen. Das konnte nicht wahr sein. Meine Farbtunen waren fast leer gepresst worden. In diesem Moment entdeckte ich Monika, die mich mit einem breiten, bösen Grinsen anstarrte. Ich konnte nicht aufgeben. Ich wollte mich nicht von ihr unterkriegen lassen. Oh, ich tat mein Bestes. Mit der wenigen Farbe, die ich hatte und wie durch ein Wunder gewann ich. Aber als ich mit der Trophäe und einem 1000-Dollar-Check von der Bühne ging, kam Monika auf mich zu. Du glaubst, du kannst alle täuschen, aber ich weiß, dass du ein großer Betrüger bist. Ich habe mich gefragt, wer dieser Idiot ist, der ständig auf deinem Instagram kommentiert und deine Bilder kauft. Und nun, ich habe ihn ausfindig gemacht. Die ganze Zeit hast du so getan, als wärst du ein großer Künstler, während deine Mami deine lahme Kunst kaufte. Was? Was redet sie da? Na los, lauf nach Hause und frag deine Mutti. Mutti, aha. Monika war einfach verrückt. Aber als ich zu Hause ankam, sah ich etwas, das mich dazu brachte, Monika einen Moment lang mehr zuzuhören als meine eigene Mutter. Mama trug was in den Keller. Als ich ihr folgte, sah ich, dass da jedes einzelne Kunstwerk, das ich je verkauft hatte, lag. Mom, bist du mein geheimnisvoller Instagram-Käufer? Sie drehte sich völlig schockiert um und fing an zu weinen. Ja, ich bin es. Du warst so traurig, nachdem du den Wettbewerb verloren hast und ich wollte dir nur Mut machen. Du, du hast mich belogen und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich wäre gut genug. Schatz, du bist wirklich gut und das ist die Wahrheit. Ich habe diese Bilder nur gekauft, damit du an dich glaubst. Du, was? Wir drehten uns um und sahen Papa in der Tür stehen, der mehr als wütend aussah. Du willst mir sagen, dass du mein Geld ausgegeben hast, nur damit sie sich talentierter fühlt? Ich will jeden Cent zurück. Gib es mir sofort, Sage. In diesem Moment entdeckte er den Scheck in meiner Hand und sprang vor, um ihn mir zu entreißen, aber Mom ging dazwischen. Wage es ja nicht, es ist ihr Geld und ihr Talent. Es ist mein Haus und ich will, dass ihr beides verlasst. Mom und ich verbrachten die Nacht bei Oma. Als wir am nächsten Tag wieder nach Hause kamen, in der Hoffnung, dass Papa zur Vernunft gekommen war, konnte ich nicht glauben, was ich sah. Er hatte all meine Bilder in den Hof geworfen und er fuhr über sie rüber. Mom, ich bleibe keine Minute länger hier. Der liebt uns nicht und kümmert sich nicht um uns. Er ist ein Verrückter. Lass ihn uns verlassen. Wir kommen allein zurecht, das verspreche ich dir. Wir nahmen all unsere Sachen und zogen für eine Weile zur Oma. Nach dem Abschluss arbeitete ich sehr hart und erstellte eine neue Webseite, um meine Kunst zu verkaufen. Mom hatte einen neuen Job gefunden. aber in einer anderen Stadt. Ich war wirklich traurig, Eugene zurückzulassen, aber ich wusste, dass Mom mich brauchte. Wir haben versucht, eine Fernbeziehung zu führen, aber bei der Arbeit und der Schule war es wirklich schwer. Schließlich beschlossen wir beide, Schluss zu machen. Ich habe tagelang über mein gebrochenes Herz gelacht. Schließlich wurde ich mit einem Vollstipendium an einer großartigen Kunstschule angenommen und meine Projekte wurden im Laufe der Jahre in vielen Galerien ausgestellt. Am Tag der Abschlussfeier brach ich während meiner Abschiedsrede fünfmal in Lachenfälle aus. Kurz darauf erhielt ich eine E-Mail, in der jemand sagte, er will mein Agent sein. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag und machten ein Vorstellungsgespräch in einem Café. Als ich den Agenten sah, blieb mir das Herz stehen. Eugene! Ha! Ich wusste, du würdest überrascht sein. Ich rannte auf ihn zu und umabte ihn. Er sagte, er hat meine Arbeit verfolgt und könnte es kaum erwarten, mich zu vertreten. Er buchte mich noch in derselben Woche für Shows. Während der letzten Ausstellung flüsterte er mir ins Ohr, ich habe ein Bild für dich gemalt. Willst du es sehen? Ich folgte ihm bis zum Ende der Galerie und da sah ich ein Bild von mir und Eugene, wie wir in der Schule nachsitzen. Ich war so gerührt. Plötzlich fühlte ich was, was ich noch nie zuvor gefühlt hatte. Nasse Tränen, die mir übers Gesicht liefen. Habe ich endlich geweint? Es war die beste Zeit meines Lebens, denn da habe ich mich in dich verliebt. Willst du wieder mit mir zusammen sein? Ich warf meine Arme um ihn und gab ihm einen Kuss. Ja! Eugene war endlich so aufgeregt, dass er mich zum Bein gebracht hatte. Das musste der verrückteste, romantischste Moment aller Zeiten sein. Zwei Jahre später haben wir geheiratet. Wir haben drei Kinder und das jüngste, Freya, ist genau wie ich. Keine Tränen, nur Lachen. Mama, bin ich komisch? Alle anderen dürfen weinen. Warum ich nicht? Nein, du bist stark und du lachst einfach über alles, auch wenn es schwer ist. Du bist nicht seltsam, du bist absolut in Ordnung. Ich habe dafür gesorgt, dass nicht nur sie, sondern alle Kinder in der Schule nicht mehr gemobbt werden. Ich habe eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin gemacht und nach der Schule Programme für Kinder gestartet, um ihnen zu helfen, ihre Emotionen in der Kunst zu verarbeiten. Nach und nach mache ich für unsere Kinder jeden Tag ein Stück besser.